Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kokosnusslikör. Eine einfache Art, einen Kokosnusslikör herzustellen. Man kann ihn pur trinken, auf Eis oder ihn in der Cocktailbar verwenden. Für einen Liter werden folgende Zutaten benötigt. 250 Gramm Kokosraspeln am besten frische Kokosnussraspeln. 500 Milliliter abgekochtes Wasser. 250 Milliliter reiner Alkohol gibt es in der Apotheke. 400 Gramm Raffinadezucker. Prise Zitronensäure. Folgende Utensilien werden benötigt. Luftdicht zu verschließendes Glas für einen Liter Flüssigkeit. Kochlöffel aus Kunststoff. Flasche mit einem Liter Volumen. Filter zum Beispiel ein Kaffeefilter. Zubereitung. Das Glas waschen und so heiß wie möglich ausspülen. Den Löffel zum Verrühren ebenso behandeln. 250 Milliliter Wasser in das Glas geben. Dazu kommen die Kokosraspeln, der Zucker und die Zitronensäure. Leicht und vorsichtig verrühren, der Zucker sollte sich möglichst aufgelöst haben. Das Glas luftdicht verschließen und 10 Tage an einem dunklen, kühlen Ort ziehen lassen. Eine Flasche säubern und möglichst heiß ausspülen. Mit dem Verschluss dasselbe tun. Den Likör in die Flasche füllen und mit abgekochtem Wasser auffüllen. Vorsichtig luftdicht verschließen. So um die 5 Wochen reifen lassen. Diese Varianten gibt es. Will man sich den Stress mit dem Alkohol aus der Apotheke nicht geben, nimmt man Wodka, möglichst ohne Eigengeschmack, also ganz billigen. Der Likör wird dann auch etwas milder. Zur Not tut es auch Korn mit 38% Alkohol. Man kann den Likör mit zahlreichen Aromen anreichern. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!